Was können wir machen, wenn es Menschen in Ortsvereinen gibt, die nicht einsehen wollen, dass wir in Troa stehen? Das war das Symbol für die Sackgasse. Ja, beten, also dass Jesus ihnen zeigt und es ist immer schwierig. Also wie gehen die, die was Neues wollen, mit denen um, die das Alte lieben? Und wir können ja nicht das Neue wollen nur um das Neue bilden, sondern es kann nur sein, wenn der Herr uns ruft, dann gehen wir nach Mazedonien. Und die Berufung von Männern, ich glaube, das ist wirklich, also der Heilige Geist muss dann wirklich zeigen und deutlich machen, auch diesen Leuten. Und da würde ich auch sagen, es ist wichtig, Leute mit auf den Weg zu nehmen. Wir sind eben eine größere Reisegemeinschaft. Und dann einfach nur nach vorne zu preschen, ganz egal, was die anderen denken und wie verletzt sie dann zurückbleiben, kann es irgendwie auch nicht sein. Aber das finde ich wirklich eine schwierige Frage. Das ist ein Ring und das kann ja auch total frustrierend sein, dass man da in Troas hockt und schon weiß, eigentlich geht es nach Mazedonien, aber der Rest zieht mich noch so. Im allerextremsten Fall muss man vielleicht sagen, okay, dann muss ich allein nach Mazedonien gehen oder so. Ich würde auch einfach wirklich das Gespräch suchen und würde sagen, hier, das und das sind die Sachen, die mich frustrieren. Da haben wir wirklich den Eindruck, da ist eine Sackgasse. Was sind auch die Gründe dafür, dass ihr euch nicht traut, nach Mazedonien zu gehen? Also ich glaube, hinter dem steckt ja häufig, da haben wir auch schon drüber geredet, irgendwie Angst oder Bedenken. Und erst mal den Leuten die Möglichkeit geben, das auf den Tisch zu legen und zu sagen, was ist es denn, was ihr so liebt am Alten? Was ist es denn, was euch Angst macht? Dass sie das in Worte fassen dürfen, ich glaube, das bewirkt schon mal viel. Also dass man nicht ein Gegeneinander hat, sondern ein Miteinander fragen, was ist das Gute am Alten, was wir auch wertschätzen und vielleicht mitnehmen wollen nach Mazedonien, wo brauchen wir Aufbruch? Ja, ja.